hallo und willkommen zum live stream fortnite battle royale hat der ding jetzt gestartet hoffentlich ich hoffe ich hoffe dass er gestartet was man muss erst mal raus und rein mit verzögerung der kleine verzögerung gut gut ohne rucksack was soll ich denn noch mal zum fitz aber auch mal sagen sieht komi aus jetzt mal ready drücken wie auch immer im moment guck dir das mal an dass wir haben auch erst gestartet ja 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 ok weil wir gerade erst geschafft haben okay dieses dj-lamat hat jetzt auch damit das andere keine ahnung was es jetzt machen wird ich glaube er was anderes wohin wikingerdorf ach du willst die insel ja genau auch nicht wirklich besonders wenn man es noch gegen den duo hatte wir sind live vergessen heute schon wieder das lied singen ich hoffe dass die eine waffe drin ist nein warum denn auch sind auch am ende drin keine wache wir sind alle drei in der luft und ich habe keine waffe ich habe zwei ich bin gerade eben abgeflogen schnapp mir eben die pistel er hat mir ein headshot gegeben mhm wow oh ist der lauf ich bin aber auch ich bin nicht gehoben wow mega nicht mehr aber ich habe ihn auch gut ich glaube der hielt sich jetzt auch weil kann er sein ja habe ich eben in der höhle gefunden na super ich habe eine pistel ja ich bin einfach die wo haben wir beide vielleicht da ich glaube dass du es mal nimmst oder ich brauche noch ein bisschen Schild oder sowas Schild? ja krass ist das ganze auch nur kein einzig oder auch wow das war es ja komplett hier in der runde b90 alles klar was haben wir denn hier schon wieder für uns darf hier das weiß ich in der box war es ein bisschen shotgun im ohr das könnte es funktionieren die sie schon die der cube hat nicht geboostet nein ich war gar nicht hoch dass ich auf sturz gehen konnte ich hätte beinerte die ammo box geschrottet nur die zwei verbände auch hallo ninja schön dass du dabei bist na klar hingesehen ehre vom miniser und genau das war doch wieder kopf ich da war er drückt ich in ein hit rein fabi hat mich abgeblockt schon wieder zweimal abgeblockt jawoll er war super geklappt da hat er noch zwei verbände gehabt dieser die kalaminti die ich da eben getötet habe also genockt habe das sogar hat man auch so überlebt dass ich habe nur ein verband nicht nach lang genau da war jetzt mal ein guter start wahrscheinlich gerade und tactical regelt die kalaminti moment leider selbst gebrauchstlich oder was aber neben noch ein paar rocke genau was geballkorb genau ich kann auch was sagen das hat er ja auch ist ja schon klar auf silber p ich weiß nicht ob dann besagte personen reinkommt die dann links ist nein ich habe das in dein server eingeschickt das ist dann am besten hast du dann irgendwie jetzt müssen wir erstmal die gegner wieder regeln das hier gerade schon wieder ja da macht er so ein dings dass nur bestimmte leute reinkommen können der ist auf deiner treppe der eine kalaminti ein schuss geben gedrückt hatte kalaminti noch eben weiteren hätte eingedrückt hat sich verkehrt oder die das hat er doch gehört da weiß ja bescheid es nur ein bisschen verzögert aber dann hört er das hier mit ja genau und wie er gerade beide zwei kills haben haben beide geregelt so eine sehr direkt nicht mal kilometer weit weg das ist ja das gute und ich habe metz mit die ersten zwei du ist schon hier geregelt wahrscheinlich ich habe auf einmal zwei punkte da eben gehabt ja wenn das wirklich ist dann müssen wir okay gut gut habe schon gedacht ich schreibe mal kurz macht das wenn er nicht auf dein server ist das hat ihn dann ein also muss ich nicht steht mir dann überhaupt gut weil ich kann mir denken nein ich glaube von tilted müssen jetzt gegner rauskommen wir sind fast am rande der so und deswegen ja ich bin jetzt auch noch die grüne a ich bin jetzt auch noch die grüne a nein auf andere gegner es geht hier ab wundern fertig wahrscheinlich wolltest du nicht die blaue tag mitnehmen die da unten lag okay gut aufpassen nicht dass wir beide jetzt einfach guter werden gegner auf 75 grad richtung osten bis 100 ja der hat jetzt schon angefangen zu bauen und er weiß schon von welcher richtung baut die habe ihn runter macht der ist da oben er geht nach mit 90 habe ihn nur noch 17 ap neun spieler noch übrig natürlich habe ich den da oben geholt ich habe da schon wieder einen blöden gedanken dass bei mir gegner scheint allein zu sein oh gott wer hat das bitte oh gott den habe ich jetzt aber auch nicht gesehen wir haben gerade die bauen gerade herum jetzt hat er mich 905 gp level 38 ja genau und noch eben noch tausend diesen ep noch extra ja ich brauche noch ich bin ich bin nicht gut bei mir 4300 100 ich brauche ja 90.000 90.000 das schaffen wir ja wohl ja heute auf gar keinen Fall bei dir wahrscheinlich eher weniger als bei mir genau von 544 ob das jetzt gut geht ist eine andere sache obwohl die letzte runde war ziemlich gut moin pigman alles gut bei dir ja ich habe hat ihnen gemerkt dass er auch wieder was geschrieben wurde hat er jetzt wahrscheinlich gehört wenn er genau bis der stelle geguckt hat er ist auch drin denke ich zumindest er hat die erste runde miterleben soll die wir da schön kids gemacht haben ja das war so nah ist aber wenigstens kannst du das video kannst du den stream zurückspulen wenn du dir die stelle angucken willst es an wenn du möchtest dass wir auf disco kommen sag uns bescheid da machen wir das ist ja keine danke habe ich jetzt fast eine tägliche übersehen oder was habe ich auch ich habe meine tägliche ja im moment kann ok verwende dieser kleine buschhaufen ich glaube da habe ich auch ja kein abgedrückt gekriegt mein mein eben schon wieder selbst bei dir reingegangen 20 wollte ich gar nicht mit der fahrt da hat mir ein handy gegeben ist im erdgeschoss ich kann es ist so einfach ich konnte die volle nicht pläsen ach du scheiße ich konnte die volle nicht pläsen pläsen kannst genau da wo ich meine volle pläsen wollte hat er in jedem fall meine pläsen durch die volle menschen gestorben aha toll glatt oder ja gesagt weniger das haben wir denn alles im moment online ein bisschen die mode hier ok was haben wir jetzt die eine runde ich habe immer noch nicht die woche 2 und fertig ich brauche immer noch ein rechter ups falscher emote äh äh tilted oder nicht das wollte ich auch gerade fragen ich bin mir auch nicht sicher okay machen wir jetzt okay gut ich habe es schon gedacht okay hier kommen noch viele andere mit müssen zusammen bleiben ja komm in mein Haus ich habe nur granaten komm ich gebe dir hier pass auf hier werden gerade Shotguns gedrückt wow war das gerade eben wieder ein Anzeigefehler das er mir gerade eben angezeigt hat ich hätte jetzt auf einmal von 0 schild auf einmal 100 schild oder was genau zwei pistels ich habe eine nahkampffahrt also hauptsache eine wasser jetzt hier los geht es hier los geht kommt ja gerade von den häusern kämpfen ja bis sieben hinüber zu was weiß ich da drin sind gegner ich werde dann ab da außen ich habe gerade versehentlich beinahe ein spieler gemeldet habe ich aber zurück zurück gezogen aber einen hätte habe ich den gerade drücken können mit der pistol dass die auf einmal von rechts kommt was also hätte mich gewundert äh welchen mut ach kann er mich die genau leben hier ok scheint auch jetzt eine gute route zu sein ja ist es auch wollen wir danach 50 50 zocken wäre nicht verkehrt obwohl denn die erste runde war ziemlich gut warte mal habe ich da jetzt gerade in diesen Chat unten links da gerade so ihr gesehen sag mal wie lang ist es her dass wir denn überhaupt den gegner gesehen haben denn so rüber es ist ja nicht in seine sache erster grund erster grund die sterben ist nicht so groß 2 2 2 2 und ich brauche noch direkt ist ein paar ein gesandt ein wo kommt mit ich habe ihn nicht getroffen ich habe ihn nicht getroffen da unten läuft einer rum da unten läuft einer rum ich habe noch einen weg für dich ich habe nur 50 ich bin auch hier bei dir offenbar wir feiten sich aber gerade alle draußen ja der selby kann man nichts machen der Flo ist los der Flo ist los der Flo ist los ja sonst auch 50 50 ach musst du machen bin ich guck mal ich bin hier ja bei mir lebt es noch so 50 50 einmal schön wieder die wunderkerze anzünden war einmal bei 7 4 da mir auch nicht direkt einfach den stadtart im hund machen fahrrad ah keine Schilder schützt mich nicht die Koffergeschatten ohne die Stur ja wäre schön wenn du wäre wahrscheinlich auch das Begewinn den Gründen, dass das so ist. Und guck, wo die Zone ist. Das ist noch ein bisschen Action-Spection. Action-Spection. Also zumindest haben wir zwei Runen auf unserer Seite, die aktiviert sind. Ja, genau. Wenn die Zone direkt so ist, gehen wahrscheinlich jetzt alle nach Tilt-Towers. Ja, was würde ich mit dem machen? Loot Lake ist halbwegs aus der Gegnerzone und da ist die Zone. Oh, das wird zu cremes Loot Lake Zone. Das ist so scheiße. Loot Lake Zone. Wirklich. Hör doch auf, da können noch ein paar Gegner kommen. Von zu tiltet oder was? Möglich wäre es. Ja, lass uns dieses Haus gehen. Hab ich es richtig markiert? Geste hier unten. Direkt noch eine Strap. Kann schon was? Da war noch ein Metcats. Blauer AR. Ich noch eine Piste rum. Grüne Tactical? Ja, ob sie grün ist oder nicht grün ist. Blauer AR. Ich hab schon eine in Blau. Bummi-Bummen? Ich hab einfach zwei Taschen-Riffe. Wow. Und zweimal Riften. Ja, zweimal in scheiß Situation Riften. Genau. Ich werd mal schauen. Wenn ich eine finde, überhaupt. Warte, hier ist der letzte letzte Blau. Was schießest du ein Ding? Du bist zu einem Mensch. Also hier ist definitiv eine doppelläufige Schrottflinte. Schieß denn hier bitte bei dir? Teammate wahrscheinlich. Auf irgendwas. Ich weiß es nicht. Hoffentlich ist es ein Team-Mate. Nicht, dass es so Trial da sind. Wir sind doch auf dem PC. Da muss man sich ja nicht wundern. Was finde ich denn jetzt auf einmal einen Rocket Launcher und einen Slurfshaft? Oh, ich hab den Slurfshaft schon getrunken. Egal. Oh, Sniper nehm ich mal mit, auch wenn es keiner läuft. Auf dem Dach liegt noch eine Tech. Und auf dem Gegenddach liegt nichts. Was ist hier los? Oh, der wird gefaltet. Oh, Falling Damage. Ey, 100 Euro Sniper. Ich hab ihn angehütet. Wow. Pieck wieder, komm bitte. Der Gegner da vorne. Ey, du holst dich so sehr. Du holst dich so. Sei vorsichtig, sei weiter. Könnten nur 80.000 andere Gegner sein. Der ist hier nicht mehr. Der hat sich wahrscheinlich in Loot Lake versteckt. Der hat sich wahrscheinlich in Loot Lake versteckt. Oh, aber saftige Kiste. Drei Minis und ein Big Shield in einer Kiste. Wow. Ich hab' gerade mal nur 298. Und hier steht noch ein Jumphead. Mann, ich snipe ihn, weil es nur noch recht ist. Okay, im Wasser sind ziemlich viele Gegner. Ich mach' Rocket. Und Granatenagel. Zwei Hits. Die wollen mich halt gerade alles snipen. Die wollen mich alles snipen. Die haben keinen Aim. Wiederhole, die haben keinen Aim. Einer knocked. Gefinished. Ich muss mich weit gedrücken. Loot. Okay. Hör kurz noch ein Gegner raus. Die sind hier so. Keinem dauerne Maus mal die Texte. Von wegen, je geht nicht so viel Action ab. Anscheinend geht es dir jetzt tatsächlich doch ab. Oh Gott, T-Jabby auch noch. Oh mein Gott. Oh, T-Mate. Und ich bin knocked. Oh, T-Mate, bleibt mich ein. Nein, ich bin auch so. Komm mal. T-Mate gerade bei mir zu bleiben. Hat's abgebrochen, wahrscheinlich. Ob er es jetzt macht, keine Ahnung. Kann ich jetzt gerade nicht beurteilen. Hat er gemacht. Weil wir gerade so in die Nähte halt geraten sind. Und ich habe keine Rockets. Ja, und ich gucke einfach in der Liefen weiter. Geht's zu. Alter, was war ein Snipe? Nein, ich blöde. Oh mein Gott. Es geht hier schon wieder ab. Ich bin jetzt einfach Charm-Chocke-Extreme. Und wie ich das einfach gefunden habe. Okay, der wurde genockt. Und das T-Mate. Habe schon gedacht. Jetzt kommen die alle. Die hier gerade die Schüsse abgehen. Den drückt ich jetzt aber gerade ein paar saftige Hits rein. Oh toll, die ist leer. Wow. Ich muss die andere AR mitnehmen. Oh mein Gott. Wo kam das denn jetzt? Hat er gerade erst zu spät gescheckt? Wie viele ich hier gerade von... Von 100 Meter genau. Von 100 Meter genau. Ich darf seine Kalamiti. Was sie macht, keine Ahnung. Okay. Ich baue mich direkt ein. Und trink einen Jaga. Als allererstes. Direkt zum Rewiden. Sind wir schon wieder am Nachteil? Komm, steh auf. Das kannst du gut gebrauchen. Okay, Ganaten. Okay, Ganaten. Toll. Liegt der auch da genug? Komm, steh auf. Ich werde noch von... Wo anders angeschossen? Zwei Seiten. Okay, ich wurde gefinisht. War nix. War nix. Hallo, da. Ich bin's. Ich bin's weg. Ich war kurz mute. Hörst du mich? Ja. Ja. Hör ich. Okay. Äh, warte. So, okay. Kann weitergehen. Äh, ich brauche noch. Guck mal kurz auf meine Herausforderung. Ja, okay. Noch einholen das. Ähm, 96. Ähm, 96. Ähm, EP. Dann habe ich endlich die Akku. Genau. Ach, ja. Was war da auch eben los? Letzten Endes waren wir so im Nachteil gewesen. Ich glaube, die haben die Röste hinein jetzt auch geholt. Überleg dir genau, was du mitnimmst. Ich stand da gerade jeweils so. Wow. Ja, das ist die selbe Zeiler Spachin. Hat mich mit einer Tomate geworfen. 2,0. Ah ja, das ist die selbe Zeiler Spachin. Wow, wir haben 4 Ruhm. 4 Ruhm. 2 davon aber aktiviert. Sag an wo. Ich glaube es, die Zone wird hier sein. Genau hier. Glaubst du? Ich glaube eher, dass die Zone entweder hier sein wird oder... Ach. Hier lagen beide falsch. Geh mir jetzt hin. Entweder machen wir jetzt go easy. Geh wikinger village. Geh wikinger village. Äh, da sind noch ein paar andere in wikinger village. Also, nur dass du Bescheid weißt. Wow. Jetzt haben sich gerade die Pfeile gerade alle bewegt. Was finde ich direkte Infrascope. Ich habe noch mal eine Maschinenpistole und ich will nicht spielen. Mein Spiel ist wieder auch PS1 Grafik. Ach Gott. Hast du schon wieder die Switch das nicht bald gewappnet bekommen bei dir? Ja. Für erst, das hatte ich schon mal aufgehauen. Ja. Jetzt haben wir auch zusammen. Ja. Ich habe schon ein bisschen Glück. Schau... Hals... Maul. Das... Das ist... Boogiebon, ich weiß jetzt mal eine auf mich. So macht man das heute gerade. Mit der Boogiebon oder was? Ich bin dann essen und erst mal auf und die Mensch weißet. ja es ist immer noch höhenrausch also was hätte sich daran geändert das sieht einfach doch 50 50 und du sagst ihr dazu nur 50 50 ist ja irgendwie die ganze zeit schon auf höhenrausch fragt nicht also zumindest beim 50 50 modus super diese repetier sniper ziemlich selten ist oder was mit dem 70er ja wenn es mit der schweren sniper machen muss das noch schwieriger natürlich bin ich gar nicht wie sie gelandet wer weiß ich weiß es jetzt ich bin sicher so ein typen ja mal viel glück sein zu finden ich bin immer noch gleich ja gut typisch dass bei mir jetzt auf einmal essen gekommen ist ich versuche zu dir zu kommen ja genau ich snipe hier Leute am Rang einfach nur ich gehe jetzt gar nicht groß rein ich will nicht sterben ich bin zu uns oh wow so ich bin gleich da oh gott vor allem der match ich habe gerade einen kleinen vorliegen der match bekommen der jack ist in 3 2 jetzt hier fliegen gerade andauernd granaten ok gut mein ehem ist gerade absolute scheiße 2 jetzt gedrückt super aber es kommt noch die andere mission nämlich mit der schweren sniper ich merke das jetzt wirklich oder tust du nur so nein ich mache die wirklich so ich habe mich schon gewundert ich habe immer gesagt vor der 76 es ist in fortnite fehlst du eine richtig geile achse als der jacks weil das ist weil das meiner meinung dann ganz ok wie geht es denn ja ich bin gerne an mich jetzt los komme ich rein typisch diese aktivierte rune ja und die zone soll noch bei der oh schon gedämpft ist gar geil heavy die meter isa wir haben gerade wieder so eine führung gerade und kann einer den adlertanz tanzen was hast du gerade vorher ach so die eis sache wow zweiter fluggarten müssen verkackt denkt an ist dran es gibt noch zwölf gegner korrektur jetzt wieder einer gestorben wenn jetzt mein internet abkommt wer ist scheiße ich werde jetzt live du wirst jetzt auf meine dann müsst du auf meine handykamera switchen und ich werde jetzt live einen hammer auf auf diese scheiße scheiße schlagen wenn jetzt mein WLAN abkommt nein wenn ich jetzt gleich collection timeout bekomme ich gebe dem so bombe dem internet glaubst du es oder tust du es nur so oder wenn sich einer new job krallen weiß was ich mache tschüssi ich habe den grund das kümmer damit geärgert wir gewinnen sowieso ich habe einen grenade launcher also wenn schon komm ich will noch einmal den semi Roland echt machen komm ich will noch einmal den semi Roland echt machen okay hier oben liegt noch eine rapetür ja musste schon wieder singen jannes wir sind live vergessen warum vergesst du das ja aber ich vergesse ich habe einen loadout markiert ja ja drei gegner noch es ist eine schwere immer noch la her 5 man geht an ich habe die wurde ein bisschen in die luft ich hätte mich jetzt beinahe selbst in die luft gejagt wo ist der letzte gegner nur ich hoffe ich kann voll jacquen wo ist der letzte gegner ja wenn wir jetzt nicht gewinnen wenn der gegner und jetzt alle 1,2 micro ist da dann werde ich live wenn ich das youtube video drehe wie ich mir den arsch weiße und ich mache das wirklich habe ich gerade irgendwas schaden zugefügt ich habe jetzt nicht von falling damage gemeint weil ich gerade eben ein paar haftgranaten geworfen habe oh jemand spielt gerade mit der todtaube rum wollte ich ihn ganz dealen jetzt hat er die todtaube schon wieder getroffen jetzt hat er die todtaube schon wieder getroffen jetzt hat er die todtaube schon wieder getroffen jetzt habe ich die getroffen wieder gekriegt jawohl wird gerade mit der minigun auf uns geballert ich habe keinen messer die knallt schon überall herum und fragt sich wo ist der letzte gegner noch hallo die nächste sohn kommt gleich ja wow und schutzgewehrschaden wuuu und die ep sagen auch 680p also habe ich auch gehört 500 wahrscheinlich hast du stufe 2 ja meine ich ja aber du hast stufe 3 gesagt stufe 3 braucht 9000 stufe 3 stufe 3 aber upgrade 2 ja 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 wir sind live janes wir sind live lasst das bitte okay zu unseren besten ist wirklich zu unseren besten gerade doch okay ich will nicht dass wir am ende noch ein strike haben aber trotzdem kann das immer noch geschützt sein dieses lied schon mal daran jeder solltest du aber weil wir leistet okay immer noch oder was bei mir in der luft nein hat sich ja keiner gemeldet sonst war es zu zweimal aha moin moin um 14 uhr 7 ich sage dass sie so eine beinrichtung ist wow ich habe ja fast richtig geraten und genau der sekunde hat sich die sohn dafür entschieden genau in der sekunde wahrscheinlich ein paar die teammates dahinten werden mir gar nicht angezeigt wo die landen weil die gerade in karten lade fehler haben ja warum das video oder was oder war ja nicht über die steuer vorheilig sein und dann ist ein gegner ich bin riesig wir sind pc das pc mails die halten zusammen ich sage auch pc sind die mails ehrenmänner was hättest du jetzt auf der switch gehabt ein team hätte ich einfach sitzen gelassen hätte ja und dann lässt er dich liegen bis du tot bist ja ich habe noch minis mehr sie habe mir nicht hier 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 gerott und gegner ich werde gewinnt ich wurde aber gewinnt und das war genau der der mich gefinisht hat ich so wärst zwei tomaten dann kommt ihr auf einmal gar nicht einfach so ach ja stimmt das kann ich bearbeiten also die spitzhacke die ist geil ist deine sache ich hab noch mit jemandem gelesen habe gemeint Fortnite brauchen also richtig macht das auch das gibt auch mehr punkte das wäre das leuchten jetzt auch nicht blau steht auch direkt noch vor der kamera auch da ist ja man hätten wir eine Sprung Munition, gibt es noch mehr Munition? wahrscheinlich nicht ne, ist mir auch egal er wird gerade geballert ja ne, gerade auf dich von hinten geballert wird ja, der Weisgarten hat ihm glaube ich geholt ja, der da ist aber auch nicht keine Ahnung ich hab eben gedacht, die Kamera wäre ein Gegner ne, die Kamera kannst du ja noch gar nicht zerstören, die ist ja noch season 4 lecker ah ja, kommt ja die ganze Armada von Jeremy rein wow kommt die ganze Armada von Jeremy Armada ja und du bist genau in den Gegner reingerannt Leute hier ist einer hier ist ein Kuni wir haben gerade alles mit dir zu tun Leute seid doch mal ehrlich, seid doch mal ehrlich, Mann seid bitte doch mal ehrlich, Mann tschüss 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 du wurdest gefinisht egal egal oh Mann ich kann es mit auch eigentlich wenig werden äh, wir sind live seit einer Stunde fast vergessen viele Schaffen mitzubeeren so ähm, mittels Scharfschützengewehren so also wenn du ne, äh, ein Happy Sniper findest, dann ja soll ich's dir geben und dann hast du alle Sachen fertig und kannst dir das Banner holen ja, und was ist das eigentlich für ein Banner? äh, das ist so ein Wolfsbanner Typen oh, geil und ich hab'n diese Axt ja, okay, diese Glühwürmchen Dinger müssten nicht sein, aber die Axt an sich ist so geil okay, ich hab'n abgeworfen nochmal easy jetzt hab' ich den anderen Spanien abgeworfen ja, guck mal der ist ja, der ist ja, der ist fies hat alles an durchspaß die Tomate abgeworfen ich hab'n Janis abgeworfen mit ner Tomate vielleicht erleben ja noch nie die Isle dansicht und omen bin ja ja aber wäre zu schwierig, weil, äh das ist noch nicht so hier ungefähr ich sag' schon hier, ich sag schon, wie denn sohn ist da ich sag', die Sonne wird diesmal También elted Towers ni, keins von beiden es ist Containerland Stimmt, ich geb den Hinn raus. Das war mir echt kack egal, dass ich hier finde, ich nur... ...aufgleich hab ich in meiner Hand. Genau. Man hat sogar noch zwei Jeremys, ähm, gekohlt. Ah, Kiste. Ich will hier gerade noch mal mit dem Driftscan rumlaufen. Okay, Jumphead. Der hat sich gerade eben gefärbt, das Chameleon. Oh wow, ich hab zwei, äh, ich hab zwei Jumpheads. Der hat sich gerade eben blau gefärbt. Was machst du jetzt? Ja, wenn du ne blau warst. Wenn du ne blaue Waffe aufhebst, dann kann das nicht blau, glaub ich. Es hat sich gerade eben blau gefärbt. Und was blaues aufgeladen hast? Das war die Portofort, ich war blau. Ja, also, fertig doch. Hier hat jemand ne Kiste übergelassen. Es färbt sich tatsächlich blau, wenn man was blaues aufhebt. Okay, wenn man was grünes aufhebt, dann bleibt es so. Und bei grau auch. Der hat sich schon grünes. Aber schon grünes, ich glaub. Es ist ja schon grünes. Aber schon grünes. Es ist ja schon grünes. Aber nicht, wenn ich das Objekt noch mal ein zweites Mal aufhebe, dann bleibt es auch so. Nee. Nur wenn man es einmalig aufhebt. Der Automat hat nur Repetier-Sniper. Nein, ist leider keine. Es sind alles Repetier. Zwei Repetier. Und einmal was anderes. Jetzt habe ich auch noch einen Pick aufgehoben. Er ist kleiner, etwas sich freut. Eine Nebelmaschine. Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben einen Hacker im Team. Der Scooby. Da war eben einer, der heißt Scooby. Der hat eben sieben gleichzeitig gekillt. Das wurde mir grad eben auch irgendwie angezeigt. Vielleicht hat der Granatenhagel auf die gemacht. Und die waren genau perfekt am Stehen. Und jetzt ist der Scooby verstorben. Er wurde auch gleich gefilischt. Wow. Heftig. Heftig. Irgendwie Spitzack ist geil. Aber Begleiter sind irgendwie manchmal lieblich. Ohne lila eine Waffe. Was macht der dann? Er hat sich lila gefärbt. Sag ich doch. Bei Gold weiß ich nicht, ob er es fest schmerzt. Na, dann müssen wir eine goldene Waffe finden. Wäre ja spannend. Ich hab den noch nie genommen, weil ich das Chameleon nicht so cool finde. Ich will endlich jetzt Läufer haben. Jeder hat seine eigene Meinung zu diesen Tierchen. Nein, das kann man hier auch nicht so geil. Ich krieg morgen sehr wahrscheinlich Läufer. Weil ich muss ein Level liegen. Ich bin jetzt Läufer neunzwanzig, um ihn dir auf 30 zu entwickeln. Ich hab sie in den Sternen. Okay. Und das ist ja natürlich geil. Dann wahrscheinlich schon. Er lebt ein Blau noch danach. Und dann kann ich ihn schieben. Lass die Taschen rütteln. Oder ich mach's einfach so. Hofi, hast du in Taschen rütteln? Hab ich ihn grad aufgehoben. Okay. Lass in die Zone rütteln, weil die ist so weit gekommen. Ja. Ah, ja. Jetzt hängt sich der fachenfrore Kumpel wieder mit seinen Schwänzchen an, um zu fliegen. Echt? Ja. Wenn man fällt, dann hängt er sich mit dem Schwanz dran. Weißt du, warum ich die Steine abbaue? Weißt du, warum ich die Steine hier alle abbaue? Nein. Ich hab die Spitzhaken in den End zu sehen. Weil ich die so geil finde. Wirklich? Ich hole mich grad richtig mit seiner Spitzhaken an. Die passt auch so gut zu können mit dir. Ich bin richtig wilder Westen. Ich schlitzel gleich mit seiner Spitzhaken in den Kopf ab. Oh Mann. Musst du das jetzt sagen? Family Friends. Was mach ich für ein Sturz hier schon wieder? Was denn? Ein Einkaufswagen ist doch nicht so schlimm. Nein. Nee, für mich. Oh Gott. Hier fliegen sogar Rockets und da sind Gegner sogar. In Action! Ich weiß. Oh Gott. Jeder hier grad mit Granaten kommt. Ich hab ein. Nein. Ich komm jetzt auf. Der hat nur geleuchtet. Swing Kotz steht so gut aim. Weil er nur geleuchtet hat. Nein. Oh Gott. Gib ich mir den Gängermin. Gib ich mir den Gängermin. Gib ich mir den Gängermin. Habe ich auch liegen gelassen. Hier sind aber noch ziemlich viele Gegner. Ich seh einen goldenen Gegenstand. Lass liegen. Ich will sehen was der macht. Er fährt sich Gold. Ich hab gerade Gegner. Okay. Aber ich weiß definitiv was dieser Eidechse macht. wenn man einen goldenen Gegenstand aufhebt. Die fährt sich Gold. Also Gelb. Nö mein erstes. Ah ne. Ok. 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 im moment sehe ich da noch nichts was da geschrieben hat also ich kann nichts beurteilen da im moment ich nehme mal wieder den hellbraunen stil ich bin ein läufer im ort mein setz so was okay das schaffen wir wohl locker ich habe ja das mit einer tomate beworfen ich guck das mal ich habe es nicht so was geben wenn man wenn man den flack drückt das ist extra das ist einfach sorry Sorry! Wie ekelhaft bist du gar nicht an der letzte... Ich hab doch schon... Du geh'n die Gegner ab extra... Boah... Jetzt hör doch auf... Family-friendly content... Schon vergessen... Aber eine Frage... Was kann man da bei einem Traum machen? Jetzt hör auf... Sonst kann ich mich nicht konzentrieren wegen Lachen... Okay... Okay... Nö... Dick nicht auf meine Nacken... Ja... Ja... Gewehr... Oh nice... Ich hab' nur Scout... So... Was haben wir denn hier? Ich finde wenn du Pechenspitz hast... Zum Beispiel Ragnaroch... Oder so... Kann man nicht so gute Punkte irgendwie mal so... Wie so klein spitz hast... Wie hier... Wie hier die... Finde ich persönlich... Weil das so viel... Da sind da so viel Flammen und dann siehst du den Punkt nie... Das ist meine persönliche Meinung... Muss mein Hund gerade jaulen? Ja... Ja... Ja moin Leute Farmers... Ja moin... Noch ein Pechens... Ich hab' gar nichts für dich... Wow... Okay... Keine Ahnung... Ah... Hab'n Weg... Ja... Trink den nicht... Zu spät... Ey was ist das? Ja okay danke... Die haben eben Taschen ausgenommen... Neben mir... Ist gar nicht wenigstens zu dir... Die Leichter kommen... Hallo... Kann ich nicht nehmen? Ich hab schon... Weg... Ach du... Du Held... Ich hab's gesagt nämlich nicht... Ich konnte nicht mehr abbrechen... Das hast du zu spät gesagt... Ich hab da schon 3 Minuten davor gesagt... Ich hab 3 Minuten... Ich hab 2 Miete nicht... Hab ich 3 Minuten davor gesagt... Und es ist viel Beweis... 3 Minuten... Ja... Das kann ja wohl dann sein... Aber... Ich hab das wohl irgendwie nicht gehört... Du hast gesagt... Okay cool... Machst du gar noch irgendwo... Okay... Dann hab ich das doch gehört... Und hab dann eher gedacht... Komm... Trink jetzt einfach im Weg... Habe ich mich ein Missverdacht... Wo ich gesagt hätte... Oh geil... Oh geil... Oh geil... Hier gibt's ein Jumped... Und zweimal Snurfs soft... Ich hab... Ich hab dazu gemeint... Oh geil... Noch ein Weg... Ich hab dann... Oh wow... Also... So... So was... Lecker... Der Automat hat 2 Snurfs... Und ein Jumped... Ich hab da brauchen wir ja nicht... Diesen leichten Unterzahl... Ach... Jetzt noch mal ein Einkaufswagen... Oh... Oh... Palettis... So... Ich kann mir jetzt für Metall... Slurfsack kaufen... Jo... Ich bin hier grad im Containerland... Ja... Ich bin hier grad im Containerland... Ich komme... Ach... Du fallst den Blutschopf ab... Hobbylosen Szene... Was ein Spaß... Was für ein Sturz... Ja... Ein Einkaufswagen... Mach jetzt mal einen richtigen Flip... Danke... Ja... Moin... Ich merk' gerade wieder... Mein... Mein Quiz... Wieder auf PS... PS1-Grafik... Wirklich schon wieder? Ja... Es kann wieder auf PS1-Grafik runtergehen... Oh nein... Oh nein... Wie kann das bei der Switch immer wieder passieren? Das ist ja nicht immer normal... 7-6 fix... 7-7-6 fix... Ähm... Fix please... Oder... In next content updates... Wäre doch besser... Wäre doch besser... Wow... Au... Mann... Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Oh... Oh Gott... Oh... Hey Robi... Oh... 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 Oh Gott... Hier sind zu viele! Wirkrieg nicht... zu viele wie der sich einfach den Weg stellt das lässt er direkt vor dir in Schacht liegen 25.000 noch also 2500 noch äh ich habe 2 warte kurz, warte kurz, warte kurz ich habe 2.494 EP und kaum 3.650 das schadet mir Hallo? Ja, ich mache jetzt auch Ready Skin Wechsel Ich will immer Läufer haben Ich bin natürlich auch geil Calamity ja genau Stufe 2 Ich bin gerade eben doch da genau am Läufer Emote genau am Läufer Emote und sie sind einfach im woche 1 Ladebildschirm auch drin Wow 1 zu 1 sind wie so aus und die liefen niemals ey ähm die liefen Skins sind im woche 1 verraten ähm woche 1 hat der Bildschirm dann wurden sie schon längst geleakt aber dieser eine Skin der so ähnliches ist so wie dieser Einhornprinzessin die wurde im woche 10 Ladebildschirm von Season 5 geleakt Na ich denke es war so die Fans fanden die da der Dark Omba richtig geil Epic Games hat die Dark Omba sehr wahrscheinlich gar nicht geplant und ich habe gesehen die Fans wollten das und deswegen haben sie einen Kontext abgemacht und dann haben wir uns auch schon so sagt es ist meine Ja, aber man konnte diesen Skin in Season äh woche 5 äh woche 10 Ladebildschirm von Season 5 sehen so jetzt wollte ich es sagen ich geh so hin oder ne ich geh insel Bruder und dann und dann da rein fliegen wie meine Echse da gerade am hängen essen mit ihrem Schwanz also das Chameleon ich liebe es Teammate hat mir alles weggelootet Keine Waffe Keine Waffe Keine Waffe Oh Jannis Ich gönne mir gerade Haare Hallo Rame Nein bei mir ist es bei mir ist es bei mir aber nicht so ein halbes sekündchen jetzt ist es jetzt war es eben jetzt schon wieder perfekt timing aber passt so gefühlt du steigst einfach perfekt gerade eine breakdown versuchte es auch hier ich habe keine waffe jetzt habe ich waffen und dann wenn ich wenn ich dann Läufer habe machen wir dann gleich einen Läufer oh Gott Läufer und perfect timing das wäre ja so Janis wir sind live gegner glaube ich wow ich habe gerade wirklich gedacht weil das ist ein Gegner war nicht witzig wenn das jetzt wirklich ein Gegner war hier ist ein Gegner was hier ist ein Gegner oh ja Jump hättet sich was war kein Hit ich verfolge den Watt die meisten sind alle noch in das die was hat auch der sich der hier kommt nein ich brauche sowieso erst mal wieder ein bisschen Waffenmunition kriegen sorry konnte nichts machen bin gerade selbst in der kleinen Situation die geht es gerade nicht perfekt oh wow die bauen sich ein aber nicht mich ich beende die Revivung von denen hier ist ein Alarm hier ist der Alarm hier ist der Alarm was gehen da Dauergegner Dauergegner Alarm war das wahrscheinlich Brauche ich jetzt noch Ach nicht Das Warum verdrückte ich mich schon wieder Danke Bald nur noch 2000 Season EP Dann habe ich Kalamity Stufe 3 Triebe mir eigentlich die EP Wenn wir rausgehen Wenn der Sieger noch nicht feststeht Ja Bekommen wir Also ich meine jetzt ein 50-50 Ja Bekommen wir Halt wegen der Überlebensdauer Mehr nicht Wenn er Dann achte ich jetzt mal drauf Ich habe 3 1 6 96 EP Mal gucken ob ich die denn auch noch habe Ich hab dir deine Ausrüstung nicht genug beutet, begeb dich zu den Sicherungszonen. Ich friss Tomate. Ey, du weißt von einer Tomate aus. Friss Tomate. Sag, dass die Zone hier ist. Irgendwann muss sie doch hier sein. Äh, wo sagst du? Ich sag, dass die Zone tilted wird. Ich getiltet rein. Wenn das so wird. Damit ich hier ernst von die Freunde schaue. Dann wird es hier mega ernst. Nein, es ist Vietel. Ich geh nach Vietel rein. Jawohl, ich... Es wäre verkehrt. Nee, ich... Paradise der Körper, kommst du mit Paradise, dann dann... Ja, Paradise, komm... Paradise, komm ich vielleicht schon mit. Okay, dann können wir gehen mit Paradise. In der Wüste sind hier noch ein paar Rifts. Rifts und Autos. Nicht vergessen. Oh wow, ne Minigun. Unter mir ist ne Hisse. Ich bin so... Ich bin so... Komm, 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 schuldige Farben. Komm, 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 komm. Ja, ja, ja. Perfekt. Ich habe meine kleine Farben-Froher-Kumpel schon wieder eine Fliege gesehen. Jetzt wird er wieder lila. Ja, Moin. Ich hab' noch zum Glück. Geht, er einfach immer seine Farbe ändert, wenn ich was Buntes aufhebe. Ja, ist ganz nett und so, aber ich mag's jetzt nicht. Ist es auch. Dies war jetzt nicht so der Burner, aber... Trotzdem was Cooles. Da ist es noch viel cooler. Wegen seines Ja-Rollen, oder was? Ja, einfach so. Das ist ein Hund. Komm mal rum. Ja gut, es ist ein Hund. Ja, also. Das ist ein Cool. Oh, ich hab' noch ein Bini. Ne, nimm den Bini. Perfekt-Timing, Disco. Hast du nicht verdient. Oh nein. Hier, nimm. Soll ich dich wieder mit der Bulli-Bomb? Er pisst mich. Er pisst mich. Ich hätte ihn beider geworfen. Janis. Der Perfekt-Timing, ja. Mit deinem Perfekt-Timing. Du wolltest mir gar nicht Schaden zufügen. Hehehe. Bin ich aber so hinter dir hergelaufen. Das machen wir gar nicht nur für den Quatsch. Ich hab' grad'n LKW geschottet. So. ARS-Scope. Wie schnell der sich einfach am Bewegen ist. Kaktus und bringen so... Kaktus und bringen so... Kaktus und bringen so viele... Ähm... ...bringen so viel Holz. So abnormal. Das ist ein Kaktus. Und außerdem spielen wir 50-50. Also, was willst du dazu erwarten? Ähm... Also... Als hätte ich dazu auch gesagt. Wow. Äh... Ja, genau. Äh... Genau. Da kommt direkt schon die nächste Benachrichtigung. von meinem Abo-Kasten. Wie war ich? Das war ich nicht. Ich war's. Das war mein Abo-Kasten auf YouTube gewesen. Ach, ach. Da ist der MW... ...Ider benachrichtigt hat, dass auch Streife gerade ein neues Video hochgeladen hat. Oh, wie ist denn so ein Scheiß? Das ist eine Fernsehsendung. Von Sat.1. Was willst du? Ich hab keine Schrotblinde. Das ist Krebs. Eieiei, was seh ich da? Das ist eine Maschine. Das ist so scheiße. 37 nur noch bei beiden Seiten. Kleins wurde einer gefinisht. Das kann ich gar nicht mehr von den Kästen mal abbelassen. Eher gesagt, ist schon ein großer Teil noch. Ach, du bist so, ja. Wir müssen unseren Team unterstützen. Und der meiste Teil ist noch irgendwo hier zwischen. So, von der Distanz her, dass man echt schlecht was machen kann. Ich hab schon Gegner gesichtet. In der Ruhe, Sohn. Oh, da wollte ich mich scheißen. Oh, da hab ich gescheit. Ich hab grad irgendwas. Seid riften? Ja. Riftung. Riftung. Perfekt geriftet. Schnell hier weg. Ich weiß noch wo. Alter, alter. Das geht ab. Oh, das verfolgt mich ein Gegner. Du bist da. Er geht auf mich, er geht auf mich, er geht auf mich, er geht auf mich, er geht auf mich. Okay, ich hab mich gerade gewundert, was ist das? Die haben mich, die haben mich beide verfolgt. Oh, wow. Alter Schwede. Was passiert hier gerade? Stinkmoppenalarm oder was? Keine Ahnung. Er soll runterfallen. Oh, wow. Alter, wie viele. Das verraten mich, das. Wow. Das ist noch 2000 EP. Diese Party Invite ignoriere ich, weil das, ich weiß schon, wer mich eingeladen hat, Janis. Ich weiß es auch nicht. So ein Typ von Blaze. Ach so. Und da sage ich jetzt mehr nicht zu. Ja, kommen noch 3, 4, 4, 50, 50, und noch nicht viel Gläufer. Ich will dir, die Schwierigkeit sein besteht, niemals, niemals stehen zu bleiben. Wir sind live. Schon vergessen. Ich bin klar, ich kann. Absolut hypnotisieren, hä. Beschreibung ist ja was anderes. Blumenko. Klatschen im Stil, hä. Janis. Musst du wirklich jetzt jede Beschreibung durchlesen? Ja, klar. Was? Ich hatte dich gerade nicht getroffen, alles klar. Hat Janis mit einer Tomate beworfen. 4 Meter. Ich sag, dass die Zone sich hier so zwischen Fatal und Salti bewegt. Ja, zwei, leg dich fest, sollte der Pädel. Oh mein Gott. Junk. Lazy. Lazy raus, weil wegen Auto. Wegen Auto. Wegen Auto? Oder willst du nicht Risky Reels? Äh. Aber jetzt Risky Reels heißt. Aber Risky Reels heißt. Genau. Genau Risky. Geht da aber nicht rein, obwohl da eine Waffe drin ist. Alles klar. Okay, ist ein Auto bei mir? P90. 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 Ich brauchst du noch eine Maschinenkiste, dann gehe ich auch mit so einem Auto. Also ich habe eine P90. Und ein Bigness. Oh süß. Ohne Taktik auch. Warten wir erstmal ab. Ich weiß ja nicht, was da jetzt gleich passieren wird. Weil im Moment scheint es so, dass bei Chunk von uns keiner ist. Weil die sind ja alle noch ihren Liebte, beziehungsweise das, die und, äh, ja. Hier sind diese Hexen und so auch. Du weißt ja, welche ich meine, Janis. Ja. Die, wo ich mich einmal zu Tode erschreckt habe, wo du Zellowinus in Vita in den Ries wurde. Pordoford, Repita, ja, scheiße. Was bietest du an? Stinkbomben, Grenade und Infra. Wer hat dir diese Ammovox nicht gelootet? Typisch Team-Mates. Typisch Jeremy Pascals. Ja, Nils. Warum musst du jetzt schon wieder sagen, irgendwie? Hast du den nicht schon, was weiß ich, irgendwann schon mal gesagt? Aber jetzt sind Jimmy losgeht. Du hast gesniped. Aller, es ist leicht, die Kälte sind nicht da unten. Der ist nicht mal. Ruhig sein, wir sind live. Ja, die Worte mal ein bisschen anders auswählen. Wir sind immer noch live. Ach so, scheiße geholt. Family-friendly content. Schaut auch noch meine Sprüche. Sorry, musste ich jetzt einfach mal an. Verstehst du ja schon. Weil der hat jetzt nämlich gepasst, der Spruch. Ich hab mal ein Kostwegelchen. Meinz? Außerdem sind ja noch nicht viele drin. Die meisten kommen ja jetzt gerade erst alle. Der große Teil ist gerade erst so lazy Loot Lake. sprachnachricht ich habe nichts mitbekommen gerade weil ich gerade eben auch wenn ich geguckt hat geguckt habe ich komme welcher muss mich jetzt anreichend toll woher kommen jetzt auf einmal die gesamten gegner die rechte von zwei seiten weil damals aus Versehen die letzten paar ip bekommen wir noch für kalamiti stufe 3 bei mir 2000 hast du schon den läufertanz ok nun ich krieg kann damit die stufe 3 erst in 2000 ip am besten bleiben wir da wo die meisten mates sind das ist das sicherste was wir machen könnten weil nur durch witz kriegen wir die meisten ip das wäre in dem fall 500 bis 600 bis 700 perfekt timing oder was nein bei mir wart ihr beide ein bisschen nacheinander ich sag dass die zone hier ist der dass die berg oder was er lagen beide fast richtig genauso zwischen unseren markierungen ja ich geh das in deiner ich geh das in deiner könnte jetzt sein dass noch viele andere teammates alle mit nach dass die kommen und nach solti ich bin in deiner ich bin im lager des ohne heavy schade so na na 箱 wow musst du ja den spruch jetzt eben drücken, oder was dachte ich hier ist eine blaue pappen sind ja 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 was ist hier was steht hier gerade ja wie ein foto und wortze okay ein paar sind jetzt er wieder drin halten sich aber im moment noch auf unserer seite auch du gehst durch das die die boot ich kann einfach im kurzen mutter scheint wer vertanze einfach mal so langsam fühlt sich das ein paar sind noch wenig ein paar sind gegner seite schiff die chefs es wird hier langsam wieder voll wieder einfach zwei gegner in rift genommen haben es geht hier noch schon wieder ab da will mich einer sein nichts neues ich habe keine heavy sniper und da unten sind so viele gegner eingebiegt wisse okay da bist du auf gegner seite das problem ist da wo ich gerade hingeguckt hat sind noch so viele gegner ich mache ein positionswechsel nein ich habe aber einen jac-jac da ist einer beim baum sei vorsichtig janis man hat mich gerade mit einem grad kann ich gar nicht helfen man hat nicht runter geschossen und jetzt hat man mich noch genocht jemand hat mich geschützt oder habe ich gestorben ich weiß nicht was weiß ich oh mein gott ich drück mir drecken jack schon wieder irgendeine benachrichtigung hat den jack darin aber dann nicht mit singen das geht ziemlich schnell außerdem leben jetzt nur noch 16 gegner ab und ... greus ab 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 ich werde alle versuchen die zu piken ok wo sind jetzt die gegner 9 ok es ist die frage jetzt was passiert jetzt zwei sind schon wieder rausgegangen was liegt hier noch alles rum jetzt sind es nur noch füllen als 66 sind es noch ok die die gar alle am raschen sind ok wie sieht das dann jetzt aus links sagt dass man so auf rechts ich weiß ich gesagt nicht so genau aber immerhin jetzt sind nur noch vier gegner hier sind sowas von in der welt sei das ding ist schon wieder geworden garantiert oder schalke darf das gar nur super schalke darf sturm gewerb wird man noch mal nach den letzten gegnern suchen direkt durch den riss gesehen habe ist das schon wieder weg alter das lichtchen hier noch alles für nun drum sagt er davor ich mach mal damit oder was kaputt machen alles klar da muss die team jetzt das wollen wie witzig da unten könnte jetzt was sein ich kann das da ist nicht so einer hat aufgegeben und wurde vom sturm auf was 406 ich frage mich ob janes immer noch da ist gut schon fertig schon fertig die runde erst mal 406 das ist einfach nicht genug ep als unser mal du spielen ok vor nicht mehr so viel ep nur noch 1400 dann habe ich nächste stufe von calamity das ist einfach so das übliche gerade im moment passiert wo auch eine der sich schon weiter durch gekauft hat schon wieder war ich habe schon wieder den flamingo tanz gesehen da hat er sich übelst durch gekauft ich sage dass die sohn hier ist und du ich glaube bis da welche sind müssen wir erstmal ein paar minuten warten würde da lieber hingehen wenn da erstmal ein paar mehr sind sicherheitsgründer alter ich ohne hemi snapper 150 schaden habe ich keiner wollte ich uns nicht mehr machen 150 mit der heavy alles klar ja habe ich 150 riffs ja nur ein sturmgewehr kann das nicht besser sein irgendwie aber besser blau als jetzt ko sind aber jetzt schon wieder wenige bei chunk im moment komm heavy 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 oh was sagt ihr das gute stück mini mini automat watts keine heavy 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 key Valve Against While Pouring Du hast gerade ein bisschen geleckt. Ich bezweifle, dass ich heute überhaupt auch nehmlich finde. Okay. Schon wieder so eine Benachrichtigung. Ey. Ey. Ich will das wegwischen. Komm, Maus. Wir haben das doch eben auch hingekriegt. Genau. Ich das gar andauernd da wegwischen will. Die eingeblendete Benachrichtigung da. Wieder vom Abokasten. Gleich muss ich wieder kurz AFK. Aber ich kann halt schon mal Ready drucken. Gegner. Nee. Weißt du? Ich hab mich selbst genockt. Oh, wow. Was ist ein Spursspiel? Findet mich, glaub ich, nicht. Ja, ist der Teammate näher bei dir als ich? Was? Oh, wow. Das war's ja mal wieder komplett bei dir. Ja. Waren wir sie noch auf unserer Seite, dann ist er am Gegner. Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich, weil er die Sache macht, ähm, auf Gegnersseite. Äh, nein, das war das zur Unterseite. Das meine ich ja. So quasi von deren Ansichten aus. Warte. Okay, der hat ihn bekommen. Also. Dann guck das mal blau an. Der Slurfsack war wahrscheinlich von ihm, oder was? Also. Nee, du hast echt das kleine bisschen Pech hast, im Moment. Am Anfang lief das so gut, und warum jetzt auf einmal... Ja. Läuft alles scheiße. Am Anfang haben wir schon Kids gemacht, oder baut sich was auf den Lama hoch? Okay, der wurde da schon gefinisht. Es ist einfach viel zu ruhig, im Moment. Da liegt ne Ska-Mofi. Nein, das ist Infra. Das ist ne Ska. Okay, das, da, ja. Oh, die wurde gar... Ich wurde von der Granate getroffen. Zweimal. Zweimal. Er hat es gerade eben versehen, sich abgebrochen. Der hat einen Gegner gehört. Der Ding hat er abgebrochen. Oh mein Gott, den Steißen sind die... So, ein Leuchtskin auch noch. Die wurden beide genockt. Okay, ich wurde gefinisht. Beide wurden sie genockt. Ganz schön mal ready, ich bin kurz AFK. Ejo. Ja, ich bin jetzt hier noch ein Verhalter. Willkommen bei der Knallshow. Also, heute wieder das Thema... Fortnite Battle Royale. Kinder töten Leute online. Schlimmstes Spiel ever. Und Kinder gehen jetzt auf Strafen. Die töten auch Leute. Oder sie spielen die Fortnite Battle Royale. Spielen. Irgendwas tanzt gerade bei mir. in der Nähe. Ach so. Wo stehe ich das jetzt hin? Also, ich sag die Zone hier. Sagst du so? Ich sag, dass die Zone hier ist. Oh Gott. Nee, du liebst nicht. Du gehst da rein in die Action. Oh wow. Es ist das die. Es ist einfach das die Divert. Ich bin schon jetzt gerade ungefähr in der Nähe von Paradise. Alter, guck mal auf die Mini-Man, wie viele Mäste oder so. Ja. Ja, weil mir sind kaum welche. Glaubst du oder tust du jetzt nur so? Oh, get's da. Oh wow. Was habe ich schon wieder für einen Loot? Was liegt da jetzt schon wieder? Ist das schon wieder ein Foto? Ich wette mal, ja. Ich guck da jetzt mal. Es ist wirklich ein Foto. Wer schickt dir die ganze Zeit Fotos? Du bist so hobbylos. Ich weiß es nicht. Nichts davon verwalten zur Zeit. Frag nicht. Ich hab irgendwie... Keine Ahnung. Hat so einen Kollegen irgendwie... Der dort irgendwie Fotos schickt. Oder so Videos. Mensch, Mensch, Mensch. Frag nicht. Zwei Biggys. Die generalisierte sind die doch. Ich muss aber auch noch eine Schock... Äh, nee, AR mitnehmen. Schon wieder Minis da drin. Kannst du die doch rein. Ich hab schon Slurp-In-Turz. Ich kann mir nur einen von drücken. Jetzt bin ich auch noch eine Schallgedämpfte. Was? Wow. Das ist ein Finsterbomberge eliminiert. Ja. Hab ich. Äh, dann kann ich ganz krasser Boy. Ja, was soll ich denn zu sagen. Kann man wohl ganz genau schwer beschreiben, was ungefähr da gerade im Moment passiert. Aber andernseits... Äh, ja. Läuft. Passiert das jetzt gerade. Ich bin hier irgendwo guter Loot. Ich hoffe mal. Äh, ja. Die Läuft sind schon wieder bei dir. Meiner ist immer noch im Paradise. Bewegt sich gerade zur Zeit nicht. Ähm. Ah, ein Schattenstein. Ah, ein Schattenstein. Super. Kann ich ja nehmen, um zu dir zu kommen. Ja, ist auch ganz bitter nötig. Ich bin schon auf dem Weg. Mehr als Hexen kann ich auch nicht. Äh. Ich sagte doch, mehr als Hexen kann ich ja auch nicht. Wollen wir nicht langsam aufhören zu streamen? Ich möchte noch Level 3 Kalamitia haben. Ich halte es ab. Okay. Kannst du... Kannst du dann aber ohne mich machen. Na, das geht ja auch noch. Da bin ich fast ein Kill gerissen. Ein Kill ist ja zumindest etwas. Aber unsere erste Runde im Livestream ja super gewesen. Ja. Und meine, 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 ähm... Switch ist mal wieder bei wegen Unleiden und kein 1 Kausik. Ach. Ich setz... Mach die das gar schon irgendwie andauernd. Oh, hier riftet sich jemand. Ich rifte mit. Ich riese die Ich helfe die nicht einfach Weifen. Aались. I heat, weh. Of Ize. wow aber schon wieder zu viel gepiekt teammates mates kommt da irgendwann einer zu mir oder kommt einer bitte wie weit mich ehrenmann gleich ich mache jetzt so ich durfte ich sagte ich durfte wir sind sowas von einem nachteil schon wieder die runde ist mehr als verloren jetzt bin ich auch tot unter garantie natürlich sehe ich das gerade und die lassen mich gerade hier liegen okay da kommt der eine und ich war und da hat mich gefinisht oh man bald kalamie stufe 3 ich brauche noch ein tausender werde aber mit sicherheit dann noch diesen devil 39 werden heute so ob ich jannis jetzt wieder mit einer tomate treffe ja ich habe jannis getroffen neun meter aber jetzt dahin zu gehen da wird es sogar sogar richtig viele gegner bekommen weil der bus ist hier hinten und unser bus ist hier die lachen dann später ja klar aber ob da jetzt sehr viele hingehen ist es eine andere sache die zone ist auch nicht so ich dachte du gehst damit hin ich wollte es dir so sagen ich bin zu mir du puller wow ich bin grad bei solti nein komm ich stehe die heavy sniper hier ich stehe ich habe einfach nur eine schallgedämpfte pistol ich gerade meine beste wasser ich habe ja ich habe ja jetzt mal ich habe ja ich habe in der hinterher ich habe dann ich habe mich überraschen und bitte ich habe da muss da bei der viz nachher rauskommen also ewig wird das jetzt aber auch nicht dauern das ist gerade mal nicht leicht so was zu finden kann ja sein dass die gegner tomaten skins oder was man und die haben dich jetzt überrascht macht du scheiße haben die wieder diese challenge gemacht auf das gegner seite lande genau sind schon mit fünf leuten und nachteil glaubt ihr haben gerade gegner gefunden oder was macht er da ja da waren gegner wirklich wie gerade einfach damit einen einkaufswagen fahren die muss genau jetzt geht's wieder mit dem vorteil und dem nachteil bei uns schon wieder einer weniger ach ich habe keinen schatten gesehen bei dem was er gebaut hat wieder einfach in schatten draus wird die werden von der scope a r angegriffen hier schon wieder Ich geh mal hier hin. Wie hier gerade Schüsse fliegen. Ah, der hat so, so verloren. Versuche mich zu verstecken. Wie hier der gerade gelasert hat. Okay, ich werde revived. Ah, der wollte ihn gerade snipen. Was für ein Ragnarök. Was? Ich glaube, der wollte mich gerade neben den Jagdgewehrhits snipen. Ja. Wegen der Woche 2 müssen. Season Level 39. Und hast du jetzt Läufer? Ähm, machen wir weiter. Nein, mir fehlen noch. Nicht gute Matte. Äh, weniger als 400. Wow. Mir fehlen nur noch 4, ne, 640 EP. Dann habe ich Kalamity Stufe 3. Auch nicht wirklich viel. Ich glaube nicht, dass das Stream immer noch auf Online ist. Wollte ich gerade schon das falsche Wort sagen. Hm. Nach der Runde gehe ich auch offline. Nach der Runde? Ach, kannst du mit noch 2, 3 machen? Ich will Kalamity Stufe 3 mit dir erreichen. Wofy? Keine Lust mehr? Ich will mir den Kopf schlafen. Ah. Okay, sagen wir, ich mache noch 2 Runden mit dir. Ja, das hört sich gut an. Was sagt die Sohn jetzt? Ich sag, die Sohn ist hier. Ich sag, die Sohn ist wieder hier. Komm schon, da täusche ich mich nicht. Äh, die. Mal wieder gar nichts vor beiden. Irgendwie enttäuscht uns die Sohn. Ähm. So, warum? Wirklich? Warum? Weil sie gar einfach Lust hat, so zu spielen. Äh, ich bin noch 2 rum, weil wir die schon aufladen. Mhm. Gehe ich auch aufzuleihen. Blauer AR. Da hast mir gerade die Huntington Rufel gestohlen. Kannst du mir die Muni noch draufgegeben? Nein, 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 nein. Ah. Hast du schon gerade Minis gefunden? Ja. Oh Mann, das kam gerade zu spät. Buh, du bist immer so schnell. Natürlich bin ich so schnell im Looten. Das ist zu schnell. Wenn ich in geierigem Modus bin, dann geierig halt Loot. Und noch eine Huntington Rufel. Keine Heavy. Ja. Schon wieder alles vorbereitet hier für Halloween, oder was? Und es gab Sturmgewehr wieder. Da stehst du es da. Ist das ein Gegner, oder was? Da ist eine Hexe. Oh, ich hab die getroffen. Was war ein Wunder. Bei deinem Kartoffel-Aim. Da ist eine Spinne auf dem Dach. Ich hab wieder schon, da waren zwei Spinne auf dem Dach. Da hab ich bei einer richtigen Schuhe. Eben? Ja. Oh Mann. Aber es wird gerade irgendwie die gesamte Bellroyal-Insel fast für den 31. Zehnten vorbereitet, oder was? Ich muss schon wieder eine Tomate werfen. Schon wieder alles getroffen. Hey. Tomatenkopf. Du kannst dich nicht treffen. Du triffst mich nicht. Janis. Tomaten. Okay, jetzt hast du mich gekocht. 15 Meter. 14 Meter. 15 Meter. Wow. Wir haben unser Tomaten-Spielchen gerade. Nein, ich hab' mal. Ich hab' mir nichts tun, oder? Sorry. Oh. Hab' ich schon gehört da. Ich hab' mir immer eh gekocht, wenn ich mein Tomaten-Spielchen habe. Auf'n Berg. Oh. Als hat er auch gemerkt, dass wir ihn von der Seite abschießen. Mhm. Der hat's gemerkt. Fast gepiekt. Nein. Hab' ihn getroffen, nehm' Ich hab' ihn getroffen, nehm' Ich hab' ihn getroffen. Der andere auch. Hilfe. Beide sind knocked. Den auf dem Berg hab' ich... Da kommt noch einer. Da kommt noch ein paar. Da kommt noch ein paar. Ja, ich brauch' jetzt ne Heilung. Die sind grad mit anderen beschäftigt. Geh' nicht. Geh' nicht. Geh' nicht. Geh' nicht. Geh' von der Ferne. Zig Zig. Oh, schau. I will kill you. Alles klar? Und ich bin auch immer hier. Ja. Ja, die Situation im Griff. Revive mich. Gib' Punkte. Wenn du es machst. Ja, Moin. Ich dachte schon, wie das ist der Englisch. Genau. Ich hab' den Kontakt. Hast du irgendwie hier? Ähm... Ja, zwei Minis. Gib' Ohne liegen noch Mandagen völlig. Mandagen wurden sich gerade genommen. Ich hab' grad mal auf mich ne Paula Fort geworfen. Was ist das für ne Armada da hinten? Scheiße! Scheiße! Ne große Armada ist das? Scheiße! Pupf! Das ist ja so. Scheiße! Pupf! Du kriegst ihn so unten! Nicht! Zehn Granaten mehr! Pupf! Auf ihr einen nicht unterstützt! Ich nehm' diese Mühe! Hier nimm' die Stiftung! Kaff' ihr einen nicht unterstützt! Ich habe einen genockt! Pupf! Pupf! Kommh hier! Nimm! Pupf! Nimm' die Stiftung! achtung die fangen wieder mit granaten an hab ihn eingetötet genau ja ich hatte gerade eben noch ein anderes problem gar janis hat wieder ein genockt und schreiten genockt bin noch scheiße die rot schreiten habe ich da hinten genockt stellen wir gerade reinen okay ich werde gerade dabei sei da kein deal muss erst mal suchen seiten sind so viele ich habe ja ich weiß ich habe kein feier erwischt irgendwo gibt mir das hier 54 leben alter schwede was geht hier gerade ab das witzige ist dieses dj lama wird sofort gefinisht ziehen wir direkt ein sechs noch bei mir in der nähe hier 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 2 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 ja deswegen okay ich hoffe mal dass ich das dann ich weiß immer dann habe ich ein paar extra punkte dann so dann haben wir einen ehrenmann mehr auf unserer seite die suchen hat noch die letzten beiden habe einen gefunden von denen da hat er sich geholt 660 ich glaube ich habe ich glaube ich weiß es nicht so genau ja ich habe gar nicht die stufe 3 und ich habe keine stufe 3 perfekt dass wir dass du läufer bekommen was du dich kann hab ich die stufe 3 da kommen wir zum timing läufer bitte ich muss den mod suchen warte ich muss den mod suchen habe ihn 3 2 1 go nein noch mal 3 3 3 3 2 1 jetzt auch nicht perfekt 3 2 1 jetzt ja wir haben perfekt timing bei mir ja bei mir ist perfekt das das ist ja gut das sollte jetzt erstmal wieder gewesen sein bis dahin als gute sollte euch das dass wir ihnen gefallen haben immer daumen nach oben und das abo nicht vergessen ja sein als gute haut rein bis zum nächsten stream tschüss 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 Vielen Dank.